... ... ... ... Also, jetzt kann es losgehen. Dieses Kabarettpublikum, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen von Dino Hans Hakel hier im wunderschönen Irnhof und Hannes-Kammerich-Café als Herzen begrüßt. Und wir klatschen mal. Ich kann mich kurz vorstellen. Mein Name ist Detlef Müller. Ich komme aus Deutschland, wie man hört. Genau wie man aus Stößchenburg. Das ist ein geiles Ort, ich habe in der Nähe von Hamburg. Ich bin ein Anverwandter von Gidi Harreforden. Aber das war der Fort, wie ich. Warum ich heute da stehe, ich war mit Tino Rangsat in Deutschland auf Tour. Und da hatten wir dann in Hamburg, am Kiez, wenn Sie kennen, der Herrenstraße in der Kolessa heute. Da haben wir dann das ausgemacht, dann gesagt, lieber Detlef, wenn wir unsere Jubiläumsveranstaltung haben, zehn Jahre, kommst du zu uns und machst die Begrüßung. Ich bin sehr gerne in der Einladung gefolgt. Darum bin ich heute her. Danke für den Applaus. Ganz besonders begrüßen, möchte ich auch die Haus- und Hofkapelle von Dino Hansat. Das ist hier gespannt. Ich merke nicht, ob das ein Haus gespann ist oder auch alles okay noch, ne? Alles okay, ja, das ist alles. Da duftet drauf, ne? Aber was ich auch noch gehört habe, heute am Abend ist ja Gastwirteabend. Ganz besonderer Gruß im Namen von Dino Hansat an das Gast als Kochhafen-Belegschaft. Toll! Das Gast ist zur alten Mühle, lieber Franz und Gabi. Das ist ja so gut. Das Gast ist auf Bind, habe ich schon gesehen. Und dann natürlich unsere Kollegen dann von der Theaterrunde Lant-Eck. Hofer Franz mit Anhörig von Dino Hansat. So, liebes Kauerei-Publikum, jetzt will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Bitte! Oh ja! Dann habe ich fast vergessen, du. Den Paar, den Meier-Paar, natürlich! Die Buschenschenke, die Inbuschenschenke! Herzlichen Dank! Also, liebes Kauerei-Publikum! Ich wünsche euch gute Unterhaltung, viel Vergnügen und einen Künstler und Darsteller an Toi, Toi, Toi! Schönen Abend! Vielen Dank! Applaus Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.